Arbeitsheft, themabedingte Wahrscheinlichkeit, Additionssatz, Stichworte hierfür weitere wären auch Unabhängigkeit, Vierfelder-Tafel. Wir schauen uns mal ein paar Aufgaben zusammen an, dass er gut reinkommt. Ich würde jetzt mal direkt mit der Aufgabe 2 starten und dann können wir hinterher noch was zur Aufgabe 1 machen. Also wir haben ein Unternehmen, das auf der Internetseite für sein Produkt wirbt. Es wird angenommen, 60% der Besucher nehmen die Werbung wahr, 42% dieser Besucher kaufen das Ding. Von den Besuchern der Seite, die die Werbung nicht wahrnehmen, kaufen nur 12% das Produkt. Also beim Durchlesen möchte man ja schon ein Baumdiagramm erstellen. Also ganz klar kann man schön eintragen, 60% W haben die Werbung wahrgenommen, 40% haben sie nicht wahrgenommen. Und jetzt sind wir bei denen, die die Werbung wahrgenommen haben, von denen kaufen 42% das Produkt, 58% dann eben nicht. Und von denen, die die Werbung nicht wahrgenommen haben, nur 12%. Also schon mal auf den ersten Blick ohne Rechnung, sieht schon so aus, als ob die Werbung schon einen Effekt hätte. Okay, also soweit klar. Jetzt geht es darum, dass ihr die Informationen in die 4-Felder-Tafel übertragt. Ziel der Aufgabe ist die, dass ihr den Zusammenhang zwischen den beiden Instrumenten lernt. Baumdiagramm, 4-Felder-Tafel. Ja, also was ihr direkt eintragen könnt, 60% der Besucher nehmen die Werbung wahr. Hier kommt hier die 0,6 rein. 40% nehmen die Werbung nicht wahr, kommt hier die 0,4 rein. Aber eben hier zum Beispiel, wie viel Prozent der Kunden kaufen denn das Produkt jetzt, kann ich aus den Informationen im Text oben und hier aus dem Baumdiagramm kann ich nicht angeben. Die 30%, 70% kann ich momentan noch nicht angeben. Ja, also ihr seht schon, es gibt so die Wahrscheinlichkeiten, die hier außen stehen, die stehen hier auf der ersten Stufe. Und jetzt gucken wir die Innenwerte an. Schauen wir uns mal, wenn ich mir jetzt überlege, wie viel Prozent der Kunden nehmen denn die Werbung wahr und kaufen das Produkt. Da würde ich doch dann eben rechnen, 0,6 mal 0,42 würde rauskommen 0,252. Also so eine Pfadwahrscheinlichkeit, die ich am Ende ausrechne durch Pfadmultiplikation, das ist genau die Wahrscheinlichkeitsangabe, die hier in den Innenfeldern der Vier-Felder-Tafel steht. Da seht ihr ja schön die Rechnung, die 0,252. Und so komme ich auf die anderen Ergebnisse, zum Beispiel WK' 0,6 mal 0,58, die 0,348, die errechnet sich hier aus dem Baumdiagramm. Ja, also ihr seht schon, man könnte es jetzt schön farbig machen, ich mache es mal sozusagen live. Man hat so verschiedene Wahrscheinlichkeitsangaben, die außen stehenden Wahrscheinlichkeitsangaben, die beziehen sich auf die Grundmenge, auf alle. Ja, und gucken halt nach einer Kategorie hier. Und dann gibt es noch die Wahrscheinlichkeitsangaben, die man hier ausrechnet unten. Das sind genau die, die in der Vier-Felder-Tafel innen drin stehen. Ja, so. Das heißt, und ihr müsst dann halt bei Aufgaben oft entscheiden, welches Instrument ist denn jetzt besser. Geht ihr eher mit einer Vier-Felder-Tafel vor oder eher mit einem Baumdiagramm? Wenn ihr solche, also hier war es jetzt klar, auch wenn das jetzt dann irgendwann nicht mehr dabei steht, dass ihr mit einem Baumdiagramm vorgeht. Also es wird angenommen, dass 60% der Besucher der Seite die Werbung wahrnehmen und 42% dieser Besucher das Produkt kaufen. Wenn praktisch diese 42% bezieht sich nur noch auf diejenigen, die die Werbung wahrgenommen haben, auf eine selektierte Grundmenge, nimmer auf alle. Und sowas kann ich ideal mit einem Baumdiagramm darstellen. Da mache ich erst, unterteile ich, wer hat wahrgenommen, wer nicht. Und dann von denen, ja. So, okay. Schauen wir uns die anderen Sachen kurz durch. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Besucher der Seite das Produkt kauft? Ja, das kann ich jetzt so berechnen, dass ich einfach den Pfad plus den Pfad nehme. 0,6 mal 0,4,2 plus 0,4 mal 0,1,2. Oder eben, ich kann diese beiden Werte hier einfach zusammenzählen, ja. Was ich jetzt gerade noch gar nicht gesagt habe, auf die 0,3 und die 0,7 kommt man natürlich, indem man einfach dieses Feld und dieses Feld addiert. Und auf die 0,7 dieses plus dieses Feld, ja. Ja, okay. Also, dann gucken wir mal. Aufgabe D. Der Geschäftsführer ist von der Wirksamkeit der Werbeanzeige nicht überzeugt, behauptet, dass das Wahrnehmen der Werbeanzeige und der Kauf des Produktes unabhängig sind. Untersuchen Sie dies rechnerisch. Unabhängig würde bedeuten, wenn ich die Werbeanzeige sehe, dann habe ich gar nicht die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass ich das Produkt kaufe. Man könnte die Meinung von dem Geschäftsführer hier mit dem Wahrscheinlichkeitsbaum schon anzweifeln. Aber wenn man es dann ganz genau möchte, testet man das mit dem Unabhängigkeitssatz. Den könnt ihr hier schön sehen. Ich rechne zwei Arten. Einmal, ich fange jetzt hier mit dem unteren an. Was ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass ich die Werbung sehe? 60%. Was ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich das Produkt kaufe? 30%. Das sind diese hier. Gibt im Produkt 18%. Also, vielleicht kennt ihr den Unabhängigkeitssatz unter P von A mal P von B. Und wenn da das gleiche rauskommt, wie bei P von A geschnitten, B ist es unabhängig. P von A geschnitten, B. In unserem Fall P von W geschnitten, K. Das ist diese 0,252 hier. Und ihr seht, das sind verschiedene Werte. Also ist abhängig. Also es gibt eine Abhängigkeit. Man kann also sagen, die Werbeanzeige ist wirksam. Okay. Also das heißt, nur wenn da genau das gleiche rauskommt, ist es unabhängig, sonst abhängig. Eine Sache noch. Ein Besucher der Innernzeit hat das Produkt gekauft. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass er die Anzeige wahrgenommen hat? So, jetzt ist auch wieder so. Das ist jetzt eine bedingte Wahrscheinlichkeitsaufgabe. Ihr wisst von dem Besucher, dass er das Produkt gekauft hat. Das ist nichts, nachdem gefragt ist oder sowas. Das ist schon mal klar. Das heißt, ihr sucht die Wahrscheinlichkeit. Mit welcher Wahrscheinlichkeit hat er denn die Werbung wahrgenommen? Aber es ist bekannt, dass er das Produkt gekauft hat. Eine bedingte Wahrscheinlichkeit. So, und die Grundmenge bezieht sich dann natürlich nur auf die, die das Produkt gekauft haben. Das ist der Nenner, das ist die Grundmenge. Wie viel sind denn das? 30% hier. Und wie viel Prozent gehören natürlich zur Grundmenge und haben aber auch die Werbung gesehen? Das sind diese 0,252. Und dann, wenn man das im Prozent bildet, kommt 0,84 raus. Das heißt, von jemandem, der das Produkt gekauft hat, kann ich mit hoher Wahrscheinlichkeit sagen, dass er auch die Werbung gesehen hat. Zum Beispiel diese Zahl könnte dann die Marketingabteilung auch zu dem Geschäftsführer als Argument bringen. Okay, also eine wichtige Aufgabe, weil ihr seht die Unabhängigkeit. Ihr seht eine bedingte Wahrscheinlichkeit. Ihr seht den Zusammenhang zwischen Baumdiagramm und Vierfelder-Tafeln. Okay, also hier noch kurz. Nur, ich sage jetzt vielleicht, sonst bearbeite ich das Arbeitsheft ja und nicht ihr. Ihr seht schon, P von A geschnitten D. Das sind natürlich diese Innenfelder, was man hier ausrechnet. Hier ist jetzt wieder eine Wahrscheinlichkeit, eine bedingte Wahrscheinlichkeit gegeben. Da braucht er im Prinzip diese Formel hier von unten. Also hier ist die Vorbedingung, dass die Eigenschaft D erfüllt ist. Das heißt, die Grundmenge besteht auf 15%. Und im Zähler kommt dann eben diejenigen, die praktisch die Eigenschaften D und A haben. Das sind die hier. Und die anderen Aufgaben lasse ich euch jetzt mal selber machen. Vielleicht noch bei der Aufgabe 3 kurz was zum Additionssatz, weil der ist jetzt noch nicht aufgetreten. Kurz die Aufgabe. Wir haben 60% von den Personen erhalten das Medikament. Die anderen 40% dann logischerweise in Placebo. Nach 2 Tagen geben 85% der Proben an, dass sie Besserung verspüren würden. 51% hatten das Medikament eingenommen und verspüren Besserung. Also, mit welcher Wahrscheinlichkeit hat eine zufällig ausgewählte Person das Medikament eingenommen oder verspürt Besserung? Das ist der Additionssatz. Überlegt euch mal, wenn ich, vielleicht kommt ihr auf die Idee, dass ihr jetzt einfach sagt, na gut, dann kann ich doch die, wenn oder bedeutet doch, dass beides gut ist, dann kann ich doch die 60% einfach plus die 85% bilden. Aber dann seid ihr halt weit über 100%. Das macht irgendwie noch nicht richtig Sinn. Warum macht es keinen richtigen Sinn? Ich finde, an der Vier-Felder-Tafel kann man es schön entdecken. Wir haben P von M, das sind praktisch diese 60%, die kommen hier rein. Und die 85% kommen hier rein. Die 60% setzt sich doch aber zusammen aus dem plus dem Wert. Die 85% aus dem plus dem Wert. Und wenn ich jetzt 60 plus 85 bild, dann rechne ich den Wert. Plus den Wert, nochmal plus den Wert, plus den Wert. Einmal zu viel hier. Deswegen muss ich natürlich einmal die Schnittmenge abziehen. Die Schnittmenge sind genau die, die die M und B haben. Das sind die 51%. Das ist der Additionssatz. Im Buch steht da, glaube ich, P von A vereinigt mit B ist gleich P von A plus P von B minus P von A geschnitten B. Genau für so eine Situation. Genau. Und hier, wenn ihr die Aufgabe so lest, wäre nicht sinnvoll für das Baumdiagramm. Überlegt mal, ihr könntet schön unterscheiden. Ihr könntet alle unterscheiden. 60% Medikament, 40% Placebo. So, und was macht ihr denn als zweite Stufe? Da könnt ihr eben nicht schreiben 85% Besserung. Weil von den 60%, die das Medikament eingenommen haben, könnte ja sein, dass es mehr als 85% sind. Ihr habt diese 85% beziehen sich eben auf alle und die 60% auch. Das sind beides Wahrscheinlichkeiten für die erste Stufe und keine Wahrscheinlichkeiten für die zweite Stufe. Anders wie bei der Aufgabe 2. Also so, das wäre jetzt eine typische Aufgabe für die vier Federtafeln. Also, dann würde ich euch jetzt mal die letzten Aufgaben voll alleine machen lassen.